In diesem Video zeige ich euch einen echt coolen Trick, wie ihr euren Hintergrund noch besser anpassen könnt. Let's go! Also, ihr wischt von eurem Smartphone ganz oben mit einem Wisch. Dann geht ihr aufs Zahnrad. Dann geht ihr auf Hintergrund und Stil. Dann tippt ihr auf diese Seite hier. So, und dann könnt ihr mit Hilfe von Filtern das Aussehen eures Hintergrundbilds einfach selber bestimmen. Zum Beispiel das Original oder in warmen Farben oder in coolen Farben oder in frostigen Farben oder weichen Farben oder in schwarz-weiß. Also, ich mag ja gerne warme Farben und einmal Original. Na gut, okay, muss ich mal gucken, wofür ich mich entscheiden werde. Aber ich denke, bei meinem werde ich mich für warme Farben entscheiden. Okay, dann, ich hoffe euch hat das Video gefallen und ciao! Bis zum nächsten Mal!